Atemmeditation. Eine Atemmeditation eignet sich besonders gut zum Starten, zum Ausprobieren. Du kannst sie sehr gut benutzen, um deine Meditationsroutine zu finden. Später kannst du diese Meditation dann gerne entsprechend länger machen. Mach dir einfach schöne Entspannungsmusik an, wenn du magst und los geht's. Wir konzentrieren uns jetzt nur auf unseren Atem. Komme zur Ruhe und sorge dafür, dass du nicht gestört wirst. Du kannst dich hinsetzen oder legen, ganz wie du magst. Schließe nun deine Augen und atme zu Beginn dreimal ganz tief in den Bauch ein und lang durch den Mund wieder aus. Spüre, wie deine Bauchdecke sich hebt beim Einatmen und wie sie wieder abflacht beim Ausatmen. Konzentriere dich nur auf deinen Atem. Auf deinen tiefen, vollen Atem. Genieße diese drei tiefen Atemzüge. Sollten Gedanken kommen, lasse sie wie Wolken vorbeiziehen. Halte nicht an ihnen fest. Verurteile dich nicht. Es gibt jetzt kein richtig oder falsch mehr. Lass deinen Atem nun wieder ganz normal fließen. Versuche ihn nicht zu beeinflussen. Atme einfach nur ein und wieder aus. Und konzentriere dich nur darauf. Darauf, wie dein Atem in deinen Körper einströmt. Und jede Zelle deines Körpers nährt. Und wie er wieder ausströmt. Verfolge den Fluss deines Atems in deinen Körper. Konzentriere dich darauf. Atme ein und aus. Ein und aus. Und mit jedem Atemzug schenkst du dir selbst neue Energie. Jede Zelle deines Körpers wird mit neuer, frischer Energie geflutet. Einatmen. Ausatmen. Genieße die Entspannung. und mache dich nun bereit, in deinen Alltag zurückzukehren. Bewege deine Füße und deine Hände. Strecke dich. Atme noch einmal ganz tief in deinen Bauch ein und lang durch den Mund wieder aus. Öffne nun deine Augen und genieße noch für einen Augenblick das Gefühl der Entspannung. Deine Du bist der Entspannung. 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 Untertitelung des ZDF, 2020